Sollen wir ins Uniform lernen? Uniform? Naja, das habt ihr auch zwei Jahre lang mal los. Ja und? Das ist ein Offizier. Und der kommt in seiner kaputten Marineuniform zu uns. Muss aber gleich wieder zurück in den Kriegteam. Ich bin klar. Dafür kriegt er natürlich eine Ersatzuniform. Wir reparieren seine Heite. Und dann hängt die da herum. Und wartet nur auf ihren neuen Besitzer. Die Marina ist mehr als Militär. Sie ist Familie. Und Freiheit. Und Freiheit. Wirklich? Ja. Wissen Sie, die Marine ist mehr als Militär. Sie ist Familie. Und Freiheit. Darf es noch eins sein? Sehr gerne. Du entscheidest dich nicht für die Marine. Die Marine entscheidet sich für dich. Übertreibst dich nicht, Juma. Du entscheidest dich für die Marine. Die Marine entscheidet sich für dich. Mag einer der beiden Herren zum Tanzen nach unten kommen? Ja. Sehr gerne. Darf ich? Die Marine ist mehr als Militär. Sie ist Familie und Freiheit. Du entscheidest dich nicht für die Marine. Die Marine entscheidet sich für dich. Ist das so? Gestatten?